So, hallo, willkommen zurück bei Magic Jumps, heute bei Challenge 9 und mir fällt gerade auf, dass wir den Checkpoint hier noch gar nicht aufgemacht haben und dass das hier die letzte Challenge in der Aufnahme sein wird, weil ich nämlich teilweise schon wieder Frame-Einbrüche habe und das wollt weder ihr noch ich, deswegen werde ich hiernach eine kurze Aufnahmepause machen, einfach damit ich danach wieder die Registry bzw. Registry ein bisschen reinigen und so weiter kann, damit Minecraft danach wieder flüssig läuft. So, und hier im Übrigen werde ich den Kreativmodus verstärkt nutzen, einfach damit ich hier nicht sterbe, denn ich bin immer noch nicht dazu gekommen, mir einen Minecraft-Account, da stelle ich mich jetzt hier ganz oben mal ganz kurz hin, während ich euch das sage, ich bin nämlich immer noch nicht dazu gekommen, mir einen Minecraft-Account zuzulegen, den ich dann fürs Let's Playing hernehme und spiele noch auf meinem Privat-Account, deswegen müsst ihr jetzt dann noch damit Vorlieben nehmen, dass ich, wenn mal mein Minecraft-Name angezeigt wird, den Ausschwärz, ganz einfach, dass ich irgendwann mal, wenn ich auf irgendeinem Server spiele oder sowas, entweder fürs Let's Play spielen kann oder privat und, ja, dass da einfach, dass ich da anonym bleiben kann. So, jetzt will ich erstmal schauen, wo es hier hingeht, aber ich behalte mir im Hinterkopf, dass es hier runter geht und man damit einen Großteil des Jump'n'Runs überspringen kann, nämlich den Wasserteil hier und ich glaube, das werde ich auch machen, denn ich erinnere nur zu gern dran, am Anfang stand da, dass wir jede Challenge auf irgendeinem Weg lösen müssen, oder war das Fifa-Node Jumps to Success? Das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Ne, ich glaube, das war eher Fifa-Node Jumps to Success, aber ich probiere es jetzt trotzdem mal, ob das gehen wird, ja, es wird gehen. Naja. Ich bin mir jetzt einfach nicht mehr sicher, ob das jetzt Fifa-Node Jumps to Success war, oder ob das hier Magic Jumps war, deswegen mache ich es jetzt einfach nochmal auf dem regulären Weg, aber das war ja auch nicht so schwer. Dann schlafen wir hier nochmal ganz kurz. Ist ja nicht schlimm, kostet ja nur, keine Ahnung, fünf Sekunden vielleicht. Und dann machen wir hier weiter beim fröhlichen Springen und Rennen, also beim Springen und Rennen. So, und hier? Puh, gerade noch so. Ich verstehe aber nicht, wieso ich jetzt hier nicht dran gekommen bin, ehrlich gesagt. Ah, vielleicht weil ich mich blöd angestellt habe. Könnte sein, ja? Dich vielleicht? Du hast dich einfach blöd angestellt. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Sag mal. So, und jetzt hier. So. Also ich schaff's echt nicht. Ich muss hier wegspringen und dann aber hier wieder hinspringen, genauso wie ich's grad gemacht hab. Ach du Scheiße. Die Sprünge hab ich schon immer gehasst. Schon immer. Wenn ich die noch nie geschafft hab. Wenn man hier nämlich rennen und dann im perfekten Zeitpunkt springen muss, aber dann auch noch gleichzeitig auf dem Block drauf bleiben. Und ja, es wird auf jeden Fall noch eine lange und spaßige Challenge hier werden. So, jetzt nicht runterfallen. Hier ist wieder ein Checkpoint. Diesmal schlafe ich nicht. Das dauert mir einfach zu lang. Hier alle zwei Metern Checkpoint. Bringt uns das was, wenn wir da drüber? Ne. Das hat man gesehen, da hab ich zu laufen aufgehört, glaube ich. Aber es macht nix. Hier ist ja eh der Checkpoint. Das hat man gesehen, hier hab ich zu springen. Also hier bin ich nicht gesprungen. Und ich höre jetzt auf, die blöden Kommentare hier abzugeben, was schiefgelaufen ist. Und ich ärgere mich viel mehr drüber, dass was schiefläuft. Ach komm, das kann's doch nicht sein hier. Geht der Sprung von hier besser? Sieht so aus, ne? Ja, viel besser. Gut, vielleicht ist es auch einfach dran gelegen, dass da alles viel besser verlaufen ist. Dann hier um die Ecke. Alter, so was, so was verstehe ich nicht. Ich, vielleicht funktioniert es jetzt nochmal. Wenn ich hier Shift drücke. Ne, ich hab Shift gedrückt. Geht jetzt ganz kurz von Shift runter. Dann gleich wieder dran und fall dann trotzdem am Rand von der Leiter runter. Ne, ich flieg jetzt hier einfach hoch, weil nämlich normalerweise mit Shift sollte man auf einer Leiter bleiben. Und nicht einfach wieder runterfallen, nur weil Minecraft jetzt denkt, dass es nicht sprinten muss. Und dass man... Ne, hier wären wir. Nur weil Minecraft jetzt denkt, dass man nicht auf der Leiter bleiben muss. Das brauchen wir hier nicht. Wuhu. Habt ihr das alle gesehen? Ich hab den Sprung geschafft. Ah, aber jetzt wird's haken. Ich hab's doch gesagt. Soll ich? Ja doch, ich probier's nochmal. Und das war eine gute Entscheidung, dass ich's nochmal probiert hab. Bei solchen Sprüngen muss man immer ganz kurz von Shift runter gehen und ich vergesse dann immer wieder auf Shift drauf zu gehen. Ah, langsam wär ich besser hier. Hab ich so das Gefühl. Nur, die Sprünge hab ich noch nicht so drauf, weil ich dann nämlich an der Ecke immer runter falle. Und, jawoll. Ah, sah doch gut aus, ne? Dreimal darfst du raten, was du machen musst. Und Jump! Alter, wir wären jetzt hier so gestorben. Und hier gibt's das Tutorial von Challenge 10. Wow, hier geht's ja ganz schön tief runter. Ne, fliegen wollte ich eigentlich gar nicht. Sondern der Redstone-Leitung hier folgen. Und mal schauen, wo sie hinführt. Und dann auch gleich die Folge beenden. Challenge 10, 11, 12, 13. Achso, das ist einfach nur der Redstone-Weg, damit man sieht, wo es hingeht. Achso. Naja. Ich werde jetzt auf jeden Fall erstmal ne Aufnahmepause machen. Und ja, wir sehen uns dann bei Challenge 10 wieder. Und vergesst auch nicht, die normalen Let's Play Your Minecraft Folgen anzuschauen. Und dann habe ich ja auch noch Twitter, wenn ihr euch einfach nur unterhalten wollt mit mir. Egal, ob in der Nacht oder in der Nacht oder am Abend. oder Facebook habe ich auch noch. Da bekommt ihr jeden Tag die Folge. Und wenn ich es schaffe, früher hochzuladen, was ich jetzt denke ich mal zumindest bei den letzten Challenges immer geschafft haben sollte, dann kommt sie da sogar, schaue ich mal wie ich es schaffe, mit der Schule und so. Aber normalerweise, also fast immer soll es da so eine halbe Stunde, Stunde früher da sein. Also Leute, wenn ihr mir auf Facebook folgt, oder ihr müsst mir gar nicht auf Facebook folgen, das sage ich immer so blöd, wenn ihr, also Facebook liked, wenn ihr auf Facebook schaut, ich will jetzt hier keine Facebook Likes erzwingen oder sowas, wenn ihr einfach immer auf Facebook, jetzt kommen wir schon wieder durcheinander, wenn ihr einfach jeden Tag auf Facebook schaut, dann müsste da die normale Folge immer ein bisschen früher da sein als auf YouTube. Da habe ich das Video dann auf nicht gelistet und so weiter und so fort. Und normalerweise ist es auch im Video vom Vortag, also im letzten Video hier bei den Magic Jumps Challenges immer in der letzten Challenge, da ist dann schon auf die nächste Folge verlinkt, sobald sie fertig hochgeladen ist. Und ja, wollte ich euch einfach mal sagen, für die treuen Zuschauer, die immer bis zum Folgenende schauen, habe ich das jetzt einfach mal an dem Folgenende gesagt. Und ja, ich freue mich schon auf Challenge 10, die ich nicht mehr in der Aufnahme mitspielen werde. Und ja, da bleibt mir nichts anderes mehr übrig, als einfach zu sagen, bis dahin!